BAYRA MALI Was ist das? Ich hab' dem Besuch Ich hab' den Besuch Ich hab' den Besuch 10, 20, 20, 50 Ich hab' den Besuch Ich hab' den Besuch Ich hab' den Besuch Ich hab' den Besuch Jo meine Freunde was geht ab und willkommen zu einem neuen Video Mein Name ist Bayram Ali Und zwar Freunde es wird mal wieder Zeit Mein Vater richtig heftig zu pranken, Freunde Ihr habt es auf jeden Fall richtig gefeiert Meine Videos mit meinem Vater Wie zum Beispiel mit meinem Kokain-Projekt Oder mein Vater singt für euch Wer es noch nicht gesehen hat Es kommt auf jeden Fall nach ganz unten Und schaut euch dieses Video auf jeden Fall an Es ist zu krass geworden Es ist auch richtig gut bei euch angekommen Und ich dachte, es wird mal wieder Zeit Mein Vater wieder richtig krass zu pranken Und zwar, Freunde Mein Vater ist gerade draußen Ich muss es auch richtig schnell machen jetzt Bevor er irgendwie nach Hause kommt Und zwar, Freunde Mein Vater kommt gleich nach Hause Und ich werde ihm einfach sagen Dass ich eine fette Strafe bekommen habe Wie zum Beispiel jetzt Ich überlege mir Aber ich denke mal, dass ich das sagen werde Dass ich zum Beispiel geblitzt wurde Und eine fette Geldstrafe bekommen habe Und mein Vater ist so einer Der, wenn ich zum Beispiel eine 10 Euro Strafe bekomme Wie falsch backen oder so Er dreht schon da durch Und ich stelle euch vor Er sieht jetzt diese Rechnung mit 300, 400 Euro Und ich hoffe, seine Reaktion wird richtig krass, Freunde Und ich hoffe, ihr habt auch richtig Spaß beim Video Sonst würde ich sagen Vergesst mich auf Instagram und auf Snapchat auf jeden Fall zu folgen Und sonst würde ich sagen Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Video Und ich hoffe, seine Reaktion wird wieder zu krass Gleich peace Und ich habe ihn mir gedacht, dass ich das mit dem Spiel Und ich habe ihn mit diesem Spiel Und ich habe ihn zu schuld Und ich habe ihn mit dem Spiel Das ist mehr als ich mir das hab. Was ist das? Was ist das? Ja, ich habe das gemacht. Was hast du gemacht? Ja. Das war zu schnitt. Sie haben das, was ich habe. Ich hab mir den Knieg. Elle. Ehm. Ehm. Ein Knieg. Ehm. Warte. Warte. Na. Na na na. Aha. Bebek de gibt es. Wobe. Wir gehen. Ich bin bin. Ich bin bin aber hier. Oh mein Gott, wir spielen hier, wir machen hier. Wir machen hier doch schon. Nein, ich bin weg. Es ist ein eigenes Geschwister, ich bin für Sie. Aber ich bin wegen der Verst� war. Ahmet! Ahmet! Uf! Wie haben wir? Hör zwei mits! Ich werde das jetzt nicht so lange, ich kann es nicht sagen! Ich hab mich da gefühlt. Ich bin so schnell dran und heute mit. Verstehen, ha? Es ist eine gewisse Klaufe. Das ist eine gute Worte. Oh, oh, oh. Aha, das ist eine Worte. Oh, 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 oh. Wir kommen an uns zu tun. Wir sind die Biber, wir sind die Biber nicht. Wir haben die Biber nicht. Wir haben die Biber nicht so gemacht. Ich kann euch nicht sagen, ob ich nicht sagen. Ich habe ein paar Worte. Ich habe eine Worte gesagt, dass du nicht so gut gemacht. Ja, ich nehme deinen Angriff. Man sagt jetzt, dass ich was wirklich pirriffas. Obvänster, also schäuze. Alles klar? Bitte sagen Sie, bitte sagen Sie. Denn ich bin ein Gehör. Schöne. Ich muss das jetzt ... Was ist das jetzt? Was ist das? Dr. Man hat einen报riff zu? Ich habe einen Brief ein Bild und ist die Zeit. Das war das seine Schwung. Aber ich bin eine Schlöne gefretert. Ich bin ein Schlöne gefretert. Was muss man denn bei der Sayfra? Das ist eine Schöne gefretert. Du bist eine Schlöne-Seche zur 168, so keます. Ich bin eine Schlöne gefretert? Mit der Jatao kommt dann, wir stimmen auf. Das ist nicht so, dass ich dir das. Ich bin schon seit 8 Jahren. Ich bin schon seit 8 Jahren. Ich bin schon sehr schön. Wie ist es, wie ist es? Wie ist es? Das ist nicht, ich bin 378, ich bin 378, wie ist es? Ich bin so, wie ist es? Das ist normal. Das ist normal, aber du bist. Das ist normal. Das ist normal. Das ist normal, man will nicht so gut. Ich habe zwei Foto, ich hab eine Brüche gesagt, ich hab die Brüche gesagt, ich hab ich meine Brüche gesagt. Ich hab meine Brüche gemacht, ich hab alle Sachen vergeben. Ich hab meine Brüche, ich hab alles dafür. Die anderen waren mir die, ich habe 8,000 Euro, ich hab die Brüche gesagt! Ich hab meine Brüche gemacht, ich hab alles in Ordnung, ich hab meine Brüche zu lassen. Das ist auch schon mal. Ich meine, ich habe auch schon! Eeee! Ich habe die Arbeit, du hast nicht? Ich habe dir doch gesagt, du hast du dich? Ich habe das jetzt schon mal, du hast du dir das. Der ist ja schon. Ich bin einfach mal, ich bin mal hier. Ich bin mal hier. Ich bin mal hier, ich bin mal hier. Eeee! Was ist das? Nein, ich bin mal hier. Ich bin mal hier. Ich bin mal hier. Bayram! Bertilgäng, ich habe 8st Dude für einen Blauben. Dabei Ich bade euch schuss, möchtest du mal! Peki das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen schuss, wir schauen zu sein! Das ist ein bisschen schuss! Vielleicht? Das ist ein bisschen schuss! Ich muss das beimModeze öffnen! Das ist eine Meinung zu diesem schuss. Das ist eine Meinung zu einem Schuss. Man kann das eine Meinung zu tun! Ach, ich habe den Job gemacht! Das ist ein bisschen schuss! Das muss er ein bisschen schuss! Komm doch auf kann, komm doch auf das an! Aber es war so, wir copieren die... jesgeniyorsun! E before Kall win! Man sers, jetzt h Aud Gitge hatte ich gerade. Jvad glaube ich irgendwie sogar ich war. det ist doch bitte, ich war nicht, ihr habt insistiertet. hier ist doch gesche matar, ich war nicht. nicht pouvoir. Das war ich стран nur bei uns da, ich war nicht. Ja Gottvir theological die wegen der Elbeidigst du krankst, aber du wirst du was이나am ich nicht! Glüme! Hat kürzelt! Glüme! Als ob er wurde... Nein! Das ist es gut! Das ist gut. Das ist gut! Wir machen das nicht gut. Wir情ieren uns! Ich fange mir etwas kurz weg. Töger dich auf. Mann, du bist nicht schab, ohne. Was ist das? Das ist das gut-Low. Das ist das gut. Wir verstehen uns hier nicht. Ich und wir jetzt nicht verlegen. Aber diegaben so gut für ein Video ist. Was soll ich sagen? Ich würde sagen, ich will das nicht sagen. Wenn ich diese schweig zum Beispiel, meine ich das ist, aber ich werde dir schweig machen. Ich habe mir hier schweig machen. Ich werde das 8 Jahre, dann habe ich das 8 Jahre, und dann wir das 8 Jahre, ich werde dir schweig machen. Ich werde meinen Jungs und ich werde dir schweig machen. Aber ich habe diese Schweig machen. Ich werde das Schraube machen. Ich werde das Schraube machen. Leute, guck mal! Krass! Tamam, hatt. Bisher die Ejen warme. Hast du noch was zu sagen an die Leute? Weil die haben kaputt geholfen. Was sagst du dazu? Du hast Fernsehen kaputt gemacht. Guck mal. Du hast Fernsehen kaputt gemacht. Aber du neuer bei mir macht Geschenk. Und was? Ich bei dir Geschenk. Ach so, okay. Heute, ich morgen, heute, zusammen in Saturn eine bei mir Geschenk machen. Sag mal, gib mir Geld, ich kauf dir. Ja, ja, ich geb mir Geld. Hast du kein Geld? Nein. Das ist richtig sauber. Er hat Fernsehen kaputt gemacht. Freunde, das war's mit dem Prank an meinen Vater. Falls euch dieser Prank an meinen Vater gefallen hat, gebt auf jeden Fall jetzt einen Daumen nach oben. Und schreibt es in den Kommentaren, wie ihr es fandet. Und falls ihr wollt, dass ich meinen Vater mal wieder pranke, dann gebt auf jeden Fall jetzt auch einen Daumen nach oben. Und vergisst mich nicht jetzt zu abonnieren. Vergisst uns nicht jetzt zu abonnieren, Freunde. Und folgt mir noch auf Instagram. Und sonst würde ich sagen, Freunde, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Hast du noch was zu sagen? Ich hab' noch was zu sagen. Er macht Fernsehen kaputt, Digga. Ist das dein Ernst? Ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Und Peace. Tschüss. Tschüss.